Wer ist bei dieser EM gar nicht dabei? Ja, sicherlich. Grüß Gott, liebe Bild.de-Guckers. Ja, ich bin's. Franz Bergmann, zweimaliger Weltmeister. Ja, Prost. Jetzt muss ich grad mal schauen, wie der FC Bayern am Wochenende gespielt hat. Ich weiß es gar nicht. Moment mal. 5-2 haben wir verloren. Ja, das gibt's ja gar nicht. Ich hab gedacht, das hätte ich nur geträumt. Das ist ja Realität. Habt ihr es gesehen? Wie kann man sich so dilettantieren lassen? Ja, Schülermannschaft. Ich hatte so eine Krawatte. Schweine hat noch nicht einmal die Bande getroffen. Habt ihr es gesehen? Der Ribery saß auf der Tribüne, hat telefoniert. Ja, wahrscheinlich mit 9 live. Hat gegrinst. Hat zwei Geldpakete gewonnen. Erfolgreicher Fußballklub mit B. Ja, Bremen. Ja, genau. Jetzt spielen wir in der Woche auch noch gegen Nürnberg. Das wird zweistellig. Die sind gut drauf. Es ist zum Mäusemelken. Ja, Kellner, hallo. Hallo. Freunde, so können wir nicht arbeiten. Ja, so geht es. Ja. Wo bleibt ihr denn? Also wirklich. Immer einen Schritt zu spät. Ja, wie Philipp Lahm. Ja, hier. Kann ich vielleicht für diesen Klo gut sein? Ich hab von der Danke, dass ich da einen Falafel zum Frühstück. Übrigens hier, Lehmann hat er gestern auch gespielt. Mit Stuttgart. Ja, hier. Mit Hubschrauber zum Training. Riesende Ader wegen diesem Helikopterlandeplatz. Dabei hat er ja einen eigenen Helikopterlandeplatz, der Lehmann. Ja, hat er. Hier oben. Trotzdem bin ich sauer. Ja. Matze Knob. Der Kultkomiker von BILD.de. Demnächst unterwegs mit neuer Tour. Ich hole dir, Faith. Ich muss michaelmemannsimizi leben. Hier unten no gehen Есть. Koordinieren Siestawareichten für coger其实?